Herzlich willkommen zu dieser neuen Serie über Datenverwaltung mit FileMaker Pro. FileMaker Pro ist eine Datenbank. Damit lassen sich Informationen, die Sie im Alltag nutzen, ablegen, verwalten, strukturieren und auch in nützliche Programme umwandeln. Eine Datenbank ist also ein Tool, ein Werkzeug, womit sich Ihre alltäglichen Aufgaben vereinfachen, oft verbessern und auf jeden Fall Ringer zu verarbeiten machen. Mit einer Datenbank können Sie ganz viele verschiedene Informationen verwalten. Das sind beispielsweise Textinformationen, denken Sie an Adressen. Es können aber auch Dateien sein, wie PDF-Dateien, Bilder, Videos oder andere Unterlagen, die Sie digital verwalten möchten. Wenn wir jetzt über FileMaker Pro sprechen und hier eine bestimmte Datenbank als Grundlage nehmen, dann hat das einen Sinn und einen Grund. FileMaker Pro ist eine Datenbanklösung von der Firma FileMaker, einer Apple-Tochter. Die Software ist bereits in der Version 13 vorhanden. Sie ist bewährt. Es wurden Millionen Kopien verkauft weltweit und es ist vermutlich die meistverkaufte Datenbanklösung überhaupt. Sie ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich vom Anfänger bis zum professionellen Programmierer für vielseitige Aufgaben nutzen. Also der Grund, dass man hier mit FileMaker Pro etwas gezeigt wird, ist, dass Sie damit ganz schnell zu ansehbaren Lösungen kommen können. Bevor wir nun weitergehen und in den anschließenden Videos FileMaker Pro etwas auf die Bälle rücken, um zu zeigen, was Sie damit anstellen können, empfehle ich Ihnen, dass Sie auf eine der FileMaker-Websites gehen und dort eine Testversion herunterladen. Wenn Sie also noch kein FileMaker haben, schauen Sie auf die Websites für Deutschland, für die Schweiz oder auf der internationalen FileMaker.com-Website nach und laden Sie dort eine Testversion herunter, die Ihnen erlaubt, sofort nachzuvollziehen, was hier gesagt wird. Dann werden wir in den anschließenden Videos drei Themen betrachten. Das erste ist, wir schauen uns einige Anwendungsbeispiele an. Damit können Sie erkennen, wofür FileMaker gedacht ist, in welche Richtung sich die Möglichkeiten einer Datenbanksoftware bewegen. Dann geht es in einem zweiten Schritt über die Struktur von FileMaker, über Tabellen und Feldern. Dort nämlich werden die Informationen abgespeichert. Und in einem dritten kurzen Einblick gehen wir ein auf das Thema Automatisierung. Denn wie lassen sich bestimmte Abläufe vereinfachen, automatisieren? Dazu werden Scripts benutzt und die schauen wir dann noch kurz an. Also in drei Schritten erhalten Sie eine kurze Übersicht über FileMaker Pro. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.